In Berlin gibt es einen See, der Tegeler See, und auf dem See gibt es eine kleine Insel und auf dieser Insel sind kleine Datschen. Und da habe ich meine Wochenenddatsche, so ein Häuschen, und neben mir hat ein Professor seine Datsche gehabt und hat mich zum Grillen eingeladen. Und dann saß ich bei ihm und habe Fisch gegrillt und habe ihn gefragt, was er gerade macht, einfach so, um Konversation zu betreiben. Und dann meinte er, er verklagt gerade Google auf eine Milliarde Dollar. Aus dem Weltraum, an jedem beliebigen Ort der Welt. Es handelt von zwei Computerpionieren Anfang der 90er Jahre in Berlin, einem Künstler Carsten und einem Hacker, Programmierer, Computervisionär Juri, die auf die Idee kommen, ein Kunstwerk zu machen. Und dieses Kunstwerk nennt sich Terravision und ist der Vorläufer von Google Earth. Und dann stellen sie fest, dass das aus ihrem Algorithmus Google Earth gemacht wurde und Google ihnen einfach nicht das Recht geben will, was sie einfordern, nämlich, dass sie die Erfinder des Algorithmus sind. Und 25 Jahre, nachdem sie den Algorithmus eigentlich erfunden haben, auf dem alles basiert, ziehen sie gegen Google in ein milliardenschweres Gerichtsverfahren in Amerika, um endlich Recht zu bekommen. Wir haben Recht und Google hat Unrecht. Ja, erstmal war es ja eine coole Geschichte, die man so gerade gerne abends erzählt mit diesem riesen Google-Prozess und so. Aber wie man jetzt daraus eine wirklich emotionale Geschichte macht, wo es auch nicht nur um Algorithmen und Zahlen geht oder um Patentstreit vor Gericht, das war eigentlich die Herausforderung in der Entwicklung, würde ich sagen. Also wie implementieren wir dort wirklich auch eine fiktionale, emotionale, starke Geschichte? Und ich glaube, dass das so im Nachhinein wirklich die große Leistung ist, dass wir eigentlich eine große Freundschaftsgeschichte erzählen. Also neben der Digitalisierung und dieser großen Zeitspanne erzählen wir auch zwei Menschen, die was zusammen erfinden, die sich ganz doll mögen, die sich auch irgendwie zerstreiten und wieder zusammenkommen. Und da kann, glaube ich, auch jeder andocken, egal ob man jetzt irgendwie Computer mag oder nicht. Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht. Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. Aber das werden wir jetzt ändern. Wir hatten zwei Prämissen, als wir die Serie aufgestellt hatten. Prämisse Nummer eins ist, wir wollen sie genauso erzählen, wie sie passiert ist. Also wir wollen sozusagen, wir verfälschen nichts, nichts von dem, was dort passiert wird, sozusagen würden wir auslassen oder irgendwelche Sachen hinzu erfunden. Prämisse zwei war, als wir mit den wahren Erfindern geredet hatten, war deren Wunsch, nicht als sie selber in der Serie in Erscheinung zu treten. Diese zwei Ausgangspunkte hatten wir. Also hatten wir diese Interviews geführt und wir hatten gesagt, nehmt alles, was in diesen Interviews drin ist, aber nennt uns bitte nicht so, wie ihr seid. Und so kamen wir auf den Gedanken und das war aber immerhin auch in Absprache mit denen, die es eigentlich erfunden haben, dass wir gesagt haben, wir erzählen aus all den Künstlern, die in Art und Com gearbeitet haben, einen Künstler und aus all den Programmierern, die daran beteiligt waren, einen Programmierer. Und dadurch ist es überhaupt möglich gewesen, mit der Geschichte umzugehen. Aber was tatsächlich passiert ist von den, sozusagen von den wahren Ereignissen, von dem Gerichtsverfahren, da sind wir absolut echt. Also in dem Gerichtsverfahren in der letzten Folge gibt es nicht einen Satz, der nicht so in dem Gerichtsverfahren gesprochen wurde. Also da ist überhaupt nichts erfunden. Das ist von allem, wie Google reagiert hat, wie Google nach Berlin gekommen ist, das ist alles so, wie es stattgefunden hat. Aber mit zwei Charakteren, Juri und Carsten, die quasi Zusammenfassungen der Charaktere waren, die es wirklich erlebt hatten. Das hat mich halt von Anfang an fasziniert, außer dass es eine emotionale, tolle Geschichte ist von einer Freundschaft, dass es natürlich auch so eine Entwicklung des digitalen Zeitalters erzählt, anhand so einer ganz konkreten Geschichte. Und was aus diesem Aufbruch oder dieses Gefühl des Aufbruchs, dass die digitale Revolution so viele Chancen in sich birgt, irgendwie die Welt demokratischer und gleicher zu machen, dann doch heute in der Zeit geworden ist. Und wie wir heute darauf schauen, wo wir alles so selbstverständlich benutzen, wie die Pioniere sich vielleicht damals gewünscht haben, aber es eben doch irgendwie Strukturen von Machtkonzentration und so genauso gibt wie früher.